Hallo zusammen, heute kommt ein etwas längeres Video. Dieses Video könnte vor allem für die Leute interessant werden, die das erste Mal nach Tokio reisen wollen. Denn heute stelle ich euch mal die Stadt mal ein bisschen grob im Gesamten vor. Ich werde nämlich ziemlich häufig auf Twitter angeschrieben und gefragt, ob ich irgendwelche Empfehlungen hätte oder ob es irgendetwas gibt, was man unbedingt ansehen müsste. Das gibt es auf jeden Fall. Allerdings bin ich der Meinung, dass ja, wie soll ich sagen, jeder Tourist ja eigentlich so seine eigenen Interessen hat und sich der Geschmack auch hier und da unterscheidet. Deswegen dachte ich mir, liste ich euch einfach mal alle Orte auf und erzähle grob etwas dazu, was ihr so finden könnt, damit ihr euch eventuell so ein bisschen selber rauspicken könnt, welche Orte ihr besuchen möchtet. Ich denke, so könnt ihr euren ersten Trip am besten planen, wenn ihr wisst, was wo genau auf euch zukommt. Fangen wir als erstes bei einer kleinen, aber essentiellen Sache an und zwar dem Flughafen. Tokio hat insgesamt zwei Flughäfen, Haneda und Narita. Es ist leider immer noch so, dass die meisten internationalen Flüge Narita ansteuern. Wie ihr aber auf der Karte sehen könnt, ist Narita wirklich wahnsinnig weit außerhalb. Es ist natürlich kein Problem, nach Tokio zu kommen. Es gibt Busse, die allerdings ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und es gibt den Nex. Wenn ihr aber irgendwie die Möglichkeit habt, auszusuchen, an welchem Flughafen ihr ankommt, würde ich euch wirklich ans Herz legen, Haneda zu wählen. Der Flughafen ist nicht nur wunderschön, er ist auch wahnsinnig nah an Tokio dran. So könnt ihr diesen Flughafen auch überall mit Shuttlebussen erreichen oder halt von Shinagawa aus mit der Bahn. Ehe ich jetzt auf alle einzelnen Teile in Tokio eingehen werde, nur mal grob so was wie Cat Cafes, Karaoke Bars, Isakaya, also gute Bars zum Saufen, die gibt es an jeder Ecke. Ich dachte mir, ich fange mal erstmal mit der bekannten Yamanote Linie an. Der bekannte Kreisverkehr in Tokio, der so gut wie alle wichtigen oder sagen wir fast alle wichtigen Touristenspots abdeckt. Fangen wir erstmal in Norden Tokios an. Dort befindet sich nämlich Ueno. Ueno ist bekannt für seinen schönen Ueno Park. Eine gute Anzahl an Museen, darunter fällt auch das Tokyo National Museum. Und gleich nebenan liegt der Ueno Zoo. Direkt an der Station liegt auch noch der Amaya Yokucho oder kurz Ameyoku. Dort befinden sich ein paar Straßen mit interessanten Marktständen. Nicht weit von Ueno entfernt findet man auch Kapabashi. Diese Gegend ist sehr bekannt für Küchenzubehör. Wer also mal ein richtig schönes bekanntes japanisches Messer haben möchte, da ist der perfekte Ort, um so etwas zu bekommen. Nach ein paar Minuten zu Fuß von der Ueno Station aus gelangt man auch zu Todai und dem Nese-Schrein, den ich nur wärmstens empfehlen kann. Gehen wir nun Richtung Uhrzeigersinn weiter. Die nächste Station wäre eigentlich Okachimachi, allerdings gibt es da nicht so interessante Sachen für Touristen, sagen wir mal so. Dafür hat die Station darauf aber wesentlich mehr zu bieten und zwar Akihabara, das Otaku Mecca. Gleich wenn ihr den Electric Town Exit nehmt, werdet ihr schon gleich am Anfang mit dem AKB-Kaffee und dem Gundam-Kaffee erwartet. Generell ist Akihabara voll mit diversen Themen-Kaffees und vor allem Maid-Kaffees. Dort findet ihr Games, Merchandise zu Anime, Manga und Games. Es gibt auch recht viele Dojinschi-Läden dort, allerdings muss ich sagen, ist Akihabara eher für die männliche Leserschaft ausgelegt. Deshalb würde ich sagen, wenn ihr eher so an Mädelscharakteren interessiert seid, da ist genau die richtige Ecke. Mit allen diversen Dingen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, nächste Station gegen Süden und zwar wäre das Kanda. Kanda hat in der Regel eigentlich nicht so viel Interessantes zu bieten für Touristen, da dort ziemlich viele Offices stehen. Wofür Kanda aber bekannt ist, das könnte eventuell die Sportfans unter euch interessieren. Es gibt dort wahnsinnig viele Sportgeschäfte. Als nächstes kommt die Tokyo Station. Richtung Mado Noichi Exit habt ihr wunderschöne Geschäfte und Einkaufspassagen, allerdings sind die auch etwas more cashy. Und nach einigen Minuten gelangt ihr dort auch zum Kaiserpalast. Auf der anderen Seite, dem Yaisu Exit, gelangt ihr zum großen Pokémon Center. Und noch ein paar Meter nach Nihombashi. Nächste Station, Yurakucho. Von dort aus gelangt ihr ganz einfach nach Ginza. Ja Ginza, die Gegend, die auch für den sehr sehr großen Geldbeutel gedacht ist. Für die Kulturfans unter euch, in Ginza steht auch das ganz bekannte Kawaki Theater. Und wem ein bisschen nach Party zumute ist, entlang der Bahnbrücke reihen sich unendlich viele Isakaya, die ich auch sehr empfehlen kann. Die nächste Station ist Shimbashi. Shimbashi ist eigentlich, ehrlich gesagt, dafür bekannt, dass es Freitagabend überfüllt ist mit Saladiman, die feiern gehen. Ihr findet demnach dort also wahnsinnig viele Restaurants und Isakaya. Dort ist auch übrigens die Anbindung zur Yurikamome Monorail Line, mit der ihr zum Beispiel nach Odaiba kommt. Das stelle ich euch dann hinterher vor. Dann wären wir in Hamamatsu Show. Dort gelangt man ganz leicht zum Tokyo Tower. Davor findet ihr noch den Sosoji-Tempel, der auch auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Etwas davor findet ihr noch das große World Trade Center. Dies hat sogar eine Aussichtsplattform für Touristen. Und etwas auf der anderen Seite der Station findet ihr noch den schönen Shibari Kyukouen. Auch ein sehr schöner Park zum entspannen. Dann hätten wir Tamachi als nächstes auf der Liste. Tamachi hat auch nicht so viel zu bieten für Touristen. Klar, es gibt dort Wurztouren, die angeboten werden. Man findet dort Tempel und Schreine, aber die findet man überall woanders auch. Was noch erwähnenswert wäre, dort befindet sich auch die Keo Universität. So, dann wären wir auch mal im Süden angelangt und zwar in Shinagawa. Dort kann man den Aquapark besuchen. Ein sehr schönes Aquarium, was man sehr empfehlen kann. Dort findet ihr auch, wie vorher erwähnt, auch den Zug, der nach Haneda fährt. Dann gäbe es noch eine Modern Art Gallery und ziemlich viele Shopping Malls. Die nächste Station ist Osaki. Die ist auch ehrlich gesagt relativ unspektakulär, weil sich dort eigentlich nur Büros und Geschäfte befinden. Gotanda. Dort kann man an einer Japan Craft Beer Tour teilnehmen. Das Tokyo Metropolitan Taeyan Art Museum und den Hapuengarden kann man dort auch besuchen. So, dann wären wir in Meguro. Meguro, ja, der ganz bekannte, vor allem Sakura Spot. Das ist der Meguro Gawa, der sich nicht sehr weit von der Station befindet. Erwähnenswert für diesen Ort wäre noch der Ryusenji Tempel, das Tokyo Metropolitan Museum of Photography, der Meguro Sky Garden und man kommt von Meguro aus nach Jiugaoka. Eine sehr, sehr schöne, ruhige Gegend mit gemütlichen Cafés und älteren Läden. Also dort kann man auch sehr gut abhängen als Tourist. In Meguro findet man auch das Maeda-Haus. Ein altes Haus im westlichen Stil, das einst den Maeda-Clan gehört hat. Nächste Station Ebisu. Dort findet ihr den Ebisu Beer Garden. Eine gigantische Anlage voller Shopping Malls, Kinos und alle möglichen, um sich gut die Zeit zu vertreiben. Wie der Name schon sagt, findet man dort auch das Museum of Yebisu Beer. Dann wären wir auch schon in Shibuya. Ja, was ist das Markanteste in Shibuya? Wer wartet jeden Tag eisern vor der Station? Genau, Hachiko findet ihr dort. Und direkt daneben die super mega bekannte Famous Shibuya Kreuzung. Direkt dort fällt auch euer Blick direkt auf das 109er. Ein riesiges Kaufhaus, was ich allen Mädels sehr empfehlen kann. Für die Musikfans unter euch, in Shibuya befindet sich auch das Bunker Muda. Eine sehr schöne Konzerthalle. Und falls ihr zu Halloween in Tokio sein solltet, dort findet auch jedes Jahr eine riesige Halloween Party statt und die Straßen sind voller kostümierter Leute auch sehr zu empfehlen. Direkt am Anschluss kommt Harajuku. Ehrlich gesagt kann man also meiner Meinung nach von Shibuya nach Harajuku auch super laufen und sich ein Zugticket somit sparen. Dort ganz bekannt die Takeshitadori. Eine Straße voller Klamottenläden und voll im wahrsten Sinne des Wortes. Also meine Empfehlung persönlich, wenn ihr dort hingehen wollt, geht wochentags relativ früh dahin. Denn sowohl nachmittags, unter der Woche als auch am Wochenende ist es einfach brechend voll dort. Und zu Harajuku gehören natürlich auch die Crepe. Überall findet ihr super tolle Crepe Läden. Ansonsten ist Harajuku auch sehr bekannt für sein crazy fancy food. Direkt an der Station könnt ihr auch zum Yoyogi Park und natürlich den bekannten Meiji Jingu besuchen. Von Harajuku aus gelangt ihr auch zu Omotesandu. Eine sehr schöne Einkaufsstraße mit vielen Läden und auch sehr interessanten verwinkelten Gassen. Die nächste Station ist Yoyogi. Dort befindet sich eigentlich nur nennenswertes ein Samurai-Fotostudio und viele Bars und Restaurants. Die nächste Station hingegen hat wieder viel mehr zu bieten. Shinjuku. Und ich warne euch vor, die Station ist ein kleiner Irrgarten, also passt auf welchen Exit ihr nehmt. Ich empfehle immer ehrlich gesagt den Kabukicho Exit zu nehmen, also den East Exit, denn so kommt man meiner Meinung nach am einfachsten raus. Shinjuku ist bekannt für übermäßiges Shoppen. Ihr findet dort den Shinjuku-Kyo-Hen, einen wunderschönen Park, Kabukicho, das besonders in der Nacht wahnsinnig eindrucksvoll ist. Das Tokyo Metropolitan Government Building, das auch eine Aussichtsplattform hat. Das Robot Café, ein Samurai Museum und ganz bekannt natürlich Godzilla über dem Kino. Ihr seht schon, in der Gegend kann man wahnsinnig gut seine Zeit totschlagen. Die nächste Station danach ist Shinokubo. Diese Gegend ist wahnsinnig bekannt für seinen Korean Stuff. Dort findet ihr also koreanische Läden, Restaurants, Bars, alles mögliche, was sich um Korea dreht. Es ist quasi das koreanische Pendant zu Chinatown. Als nächstes kommen wieder zwei recht unspektakuläre Stationen für Touristen meiner Meinung nach. Takara no Baba und Mejiro. Da gibt es meiner Meinung nach nicht so viel Spannendes. Dafür aber dann in der nächsten Station und zwar Ikebukuro. Wow, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, weil es dort so viel zu entdecken gibt. Nehmt den East Exit und ihr gelangt nach ein paar Metern schon zum Sunshine City. Ein großes Gebäude, was sich vor allem zur Regenzeit sehr lohnt, weil sich da drin so viel befindet. Eine Shopping Mall, Freizeitparks, ein Aquarium, der Sky Circus, ein Planetarium. Also ihr seid da wirklich sehr beschäftigt, wenn ihr dort seid. Und jetzt für die Manga Anime Fans unter euch. Dort befindet sich hinter dem Sunshine City die Otoma Road. Also wenn ihr gerne Cosplayt, irgendwie Cosplay Stuff braucht oder Dojinshi sammelt oder Merchandise auf Second Hand haben wollt oder auf Idol Sachen steht oder Musicals. Da werdet ihr sowas von fündig. Dort könnt ihr auch vor allem im Mandarake, wenn ihr, also wenn es euch mal passieren sollte wie mir, dass ihr euch mal was doppelt kauft, könnt ihr dort auch problemlos als Tourist eure Sachen auch wieder verkaufen. Ihr braucht dazu nur lediglich euren Passport. Und nochmal für die Cosplay Fans unter euch. Dort findet auch das Acosta Festival jeden Monat am ersten Sonntag des Monats statt. Und auch an Halloween gibt es dort wahnsinnig viel zu sehen auf den Straßen. Und ihr merkt schon, Ikebukuro ist eher so die Mädels-Ecke im Gegensatz zu Akihabara. In Ikebukuro findet ihr auch das bekannte Butler Café. Ich habe gehört, dort soll es auch ein Boys Love Café geben. Also es ist, glaube ich, sehr eindeutig, an welche Zielgruppe diese Ecke gerichtet ist. Die nächste Station ist wieder unspektakulär. Das wäre Otsuka. Danach käme Sugamo. Sugamo hat, also es gibt schon einige Dinge, die man dort sehen kann. Es gibt die Jisodori. Das ist quasi das Harajuku für Omas. Eine auch sehr bekannte Einkaufsstraße. Allerdings ist das Klientel dort schon etwas gehobenerem Alters. Und man kann dort im Koganji Tempel für seine Gesundheit beten. Dort gibt es auch den Sugamon Oshiri. Sugamon ist das Maskottchen von Sugamo. Es ist eine kleine Ente. Und dort gibt es einen großen pelzigen Entenhintern, den man anfassen kann. Als nächstes hätten wir Komagome Tabata und Nishinippori. Alles nicht so spannende Stationen. Es muss ja auch mal Rügerecken geben, nicht wahr? Aber in Nippuri kann ich auf jeden Fall sehr Dianakaginsa empfehlen. Eine total alte, aber sehr atmosphärische Einkaufsstraße. Und dort ist alles voller Katzen. Ihr findet auch dort super süße Katzenläden. Einen sehr wunderschönen Friedhof. Ich habe auch mal ein Video direkt dazu gemacht. Das kann ich euch auch mal unten verlinken, wenn ihr wollt. Eine etwas ruhigere Gegend, aber auch mal sehr schön zum Spazieren. Und die letzte Station auf der Liste, die noch übrig bleibt. Ugui Sodani. Unter den Tokiotan ist diese Area eher bekannt für seine Soaplands. Aha, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber für Touristen ist da glaube ich jetzt nicht so viel Spannendes mehr. So, das war auf jeden Fall erstmal die Yamanote-Linie. Dann gibt es noch ein paar nennenswerte Erwähnungen noch. Dann hätten wir auf jeden Fall noch auf der Liste der weiteren interessanten Stationen Roppongi. Dort findet ihr zu Weihnachten einen deutschen Weihnachtsmarkt, Roppongi Hills. Auch eine sehr schöne Shopping Mall. Das Modi Art Museum und das Santori Museum of Art. Dann nicht zu vergessen noch den Tsukiji. Wohlgemerkt den alten. Ich muss ehrlich sagen, ich war in Toyosu auf dem neuen und ich muss echt sagen, der lohnt sich nicht, weil man einfach überhaupt nichts sieht. Der alte Fischmarkt, ja er ist umgezogen. Allerdings findet man immer noch dort so viel zu sehen und zu essen an dem alten Ort und es ist noch alles geöffnet. Also der äußere Teil des Fischmarktes. Der innere Teil ist umgezogen nach Toyosu, aber der äußere Teil existiert noch und ich muss wirklich sagen, dort habt ihr wirklich viel mehr davon und viel mehr zu sehen. Dort seht ihr auch in den Hallen immer noch auch den Fisch frisch rumliegen. Ja ihr habt einfach wirklich mehr davon. In Toyosu ist mittlerweile alles für Touristen gesperrt und man kommt nirgendwo rein. Man kann nur durch ein paar Scheiben eventuell so ein bisschen erahnen, was unten so in den Hallen abgeht. Aber es ist sehr reduziert in Toyosu. Dann für die Disney Fans unter euch. In Maihama, ein bisschen außerhalb, findet ihr das Tokyo Disneyland und das Disney Sea. Dann einer meiner Lieblingsorte, Odaiba. Odaiba ist auch bunt gemischt mit allen möglichen Dingen. Dort findet ihr den Gundam. Dort findet ihr Shopping Malls. Dort findet ihr das Oedo Onsen Monogatari. Ein Madame Tussauds, Boottouren, ein Legoland. Also ihr seht schon wahnsinnig viel. Und das Team Lab Borderless, was ich gefühlt jetzt auch schon zigmal besucht habe und das einfach nie langweilig wird. Dann auch ganz wichtig und absolut oben auf der Liste ist Asaksa. Asaksa erreicht ihr am besten von Ueno aus. Dort gelangt ihr zum Skytree auf jeden Fall. Und gleich direkt an der Station werdet ihr vom Sensoji Tempel begrüßt und könnt durch schöne, alte Einkaufsstraßen schlendern. Der Hanayashi-Ki ist ein sehr alter Freizeitpark, den man auch mal besuchen kann. Man kann entlang des Sumida-Flusses Bootstouren machen und die Gegend eignet sich super, um einen Yukata auszuleihen oder zu kaufen. Eine andere schöne Ecke ist auch noch Kichijoji. Diese Gegend ist sehr beliebt für seine Cafés und Einkaufsstraßen. In der Nähe findet ihr auch den Inokashira Park, und das Ghibli Museum. Ein bisschen weiter in der Ecke gibt es auch noch den Nakano Broadway. Ein Mecca für Secondhand-Dinge aller Art. Figuren, Schallplatten, CDs, Mangas, Anime, also Cosplay auch, alles Mögliche. Wem ein bisschen mehr nach Action zumute ist, dem empfehle ich Soidobashi. Denn dort befindet sich Tokyo Dome City, auch ein Freizeitpark. Wenn ihr an traditionellen japanischen Sport denkt, welcher fällt euch ein? Richtig, Sumo. In Ryogoku findet ihr eine riesige Sumo Arena. Und das Tokyo Edo Museum findet ihr auch direkt daneben, das ich auch sehr empfehlen kann. Wem wieder ein bisschen mehr nach Schlendern zumute ist, dem empfehle ich Kagurazaka. Dieser Ort geht ein wenig in die Richtung von Yenaka Ginza. Und ja, ist auch sehr bekannt für seine kleinen engen Gassen und Einkaufsstraßen. Dort gibt es auch sehr viel zu entdecken. Und schöne Restaurants und Cafés. Uff, so, jetzt bin ich aber durch, Leute. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden und ich hoffe, es ist eventuell das ein oder andere für euch dabei gewesen, was euch interessieren könnte. Ich habe sehr darauf geachtet, sowohl die typischen Touri-Spots zu erwähnen, als auch so ein paar kleine persönliche Empfehlungen reinzutun. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen bei eurem allerersten Trip nach Tokio. Falls ihr immer noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr mich immer gerne über Twitter anschreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da oder abonniert sogar meinen Channel, wenn ihr mehr Bock auf Videos aus Japan habt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir, wir sehen uns dann im nächsten Video. Man sieht sich. Bis dann!